Eine augengeringe Behandlung mit Hialuronsäure sollte auf jeden Fall immer durch einen Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie durchgeführt werden, der mindestens jeden Tag mehrere Behandlungen durchführt. Nur so schafft man es in der richtigen Ebene, die richtige Dosierung bei jedem individuellen Patienten auch durchzuführen. Sonst kommt es sehr häufig dazu, das sehe ich natürlich auch, wo wir dann diese Beispiele auch zeigen, auf meinem persönlichen Account oder auch hier bei MC Aesthetics, was alles passieren kann. So, aber jetzt hier die normale reguläre Behandlung mit einem unkomplizierten Verlauf und das, denke ich, sollten die Patienten auch erwarten dürfen.